Die Kamera wackelt jetzt nicht, weil sie direkt auf dem Tisch steht. Naja, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt hier hinter mir, ja, meine alten Spielzeuge. Back to the Roots. Und heute geht es um den Lulin U61 U61. Eine kleine Drohne für Anfänger, für Kinder, Jugendliche, wie auch immer. Wobei, wenn ihr das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben solltet, sagt der Hersteller, wäre schön, wenn eure Eltern das Ganze mit beaufsichtigen. Also, ihr merkt schon, Lulin hat gesagt, es ist so für Einsteiger, es ist auch für Kinder gemacht. Und das als erstes schon mal vorweg. Jetzt wundern sich einige, warum ich da überhaupt ein Review drüber mache, wenn ich doch eine richtige Drohne habe mit 4K-Aufnahmen und so weiter. Warum mache ich das? Punkt 1, schön mal wieder sowas in den Händen zu haben und hier zu Hause in meinem Wohnzimmer ein bisschen rumzufliegen. Einfach mal des Fliegenwillens. Denn in der Überschrift steht ja auch, lerne erst mal fliegen. Die Drohne stelle ich euch gleich vor und am Ende vom Beitrag erkläre ich euch auch, wie ihr schnellst lernen könnt, wenn die Drohne zum Beispiel auf euch zufliegt, wie ihr das nachher umlernen könnt, damit ihr das Fliegen auch wirklich erlernt. Denn ich war letztens wieder beim netten Freund von mir und der hat sich auch so eine Drohne gekauft, hat sogar schön seinen Flugschein dafür gemacht, alles toll und ich gucke ins Regal und da ist schon eine kleine Staubschicht auf der Drohne. Und der hat mir gesagt, Michael, er kriegt Panik. Sobald er die Drohne hochfliegt, ist alles gut, wenn sie schwebt, aber sobald er irgendwas fliegen soll, dann kriegt er wirklich Panik. Plus die ganzen Informationen, die ja noch auf dem Display zu sehen sind und die Fotos und die Aufnahmen und viele sind damit einfach vollkommen überfordert. Mein großer Vorteil war, bevor ich mit Fotografie und Videografie überhaupt angefangen habe, war das eben mein Hobby, die Modellfliegerei. Also ich wusste, wenn ich eine Funkfernsteuerung in der Hand habe und das Gerät auf mich zufliegt, wie ich da reagieren muss und viele können das eben nicht. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, die wirklich guten Drohnenshots, die man bei YouTube sieht, das sind zu 99% die Shots, die manuell geflogen worden sind und nicht das, was die Drohnen natürlich schön in ihren Automatiken haben, da geboten haben. Das vielleicht auch mal vorab. Und Drohnenfliegen macht auf jeden Fall Spaß und ihr könnt es mit so einer kleinen Drohne sehr, sehr gut lernen. Aber wie gesagt, wie das funktioniert, das mache ich noch mal am Ende vom Beitrag. Übrigens, diese Drohne ist mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden und die reiche ich gleich weiter. Wer diese Drohne haben möchte, schreibt es unten einfach rein. Hey Michael, ich möchte gerne die Drohne haben. Ich picke mir einen von euch dann raus und der kriegt die Drohne dann auf jeden Fall geschenkt. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Kleine Packung, seht ihr schon, Lulin U61. Mit dabei ist natürlich hier diese kleine schicke Drohne. Hier dieser Käfig für die rechts- und linksdrehenden Luftschrauben ist dann fest montiert und das Ganze wiegt nachher mit so einem Akku. Übrigens, drei Akkus sind dabei, um die 65 Gramm. Sehr, sehr leicht. Trotz alledem, aufgepasst, hier vorne ist auch eine kleine Kamera dabei. Auch wenn man denkt, ist das jetzt Spielzeug? Nein, ist ja kein Spielzeug. Das müsste dann als solches gekennzeichnet sein. Nein, gelten hier die gleichen Regeln, wie zum Beispiel für eine DJI Mavic Mini. Ist so. Ihr könnt das Ding auch draußen fliegen. Allerdings würde ich euch raten, bei absoluter Windstelle. Man hat hier auch eine Stufe, dass man es ein bisschen schneller machen kann, aber durch dieses Leichtgewicht, da reicht eine leichte Windböe und schon ist das Ding beim Nachbarn gelandet. Und ich weiß, einige Nachbarn, da ist die Haut sehr dünn geworden, wer vorher schon vielleicht viel mit Drohnen geflogen ist. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich selber nutze sie aber gerne hier im Innenbereich, im Wohnzimmer, wie auch immer. Einfach aus Spaß des Fliegenwillens. Wie gesagt, Kamera ist hier vorne auch mit dabei und zur Kamera selber komme ich aber gleich noch. Mit dabei ist eine Bedienungsanleitung und sehr schön, das Ganze wird ja auch hier in Deutschland verkauft und ich verlinke euch das nochmal unten hier. Da könnt ihr sie dann bei mir auch bestellen. Liegt so um die 70, 80 Euro plus noch irgendwelchen Sparkode, kriegt ihr noch dabei. Wie gesagt, verlinke ich euch. Und da es in Deutschland betrieben wird, haben wir auch hier Bedienungsanleitung in ein paar Seiten in deutscher Sprache. Ist auch sehr gut erklärt, wie man das Ganze startet, wie man das Ganze trimt. Hier ist so ein kleiner Code dabei, dann könnt ihr diese App, die ihr euch auf euer Handy laden könnt. Hat bei mir auch sehr gut funktioniert, obwohl ich immer irgendwie so ein bisschen, ja, ich habe da nicht so ein Glück mit Apps oder ich bin zu blöd dafür, ich weiß es nicht. Aber das hat hier sofort und schnell funktioniert. Die drei Akkus, die hier mitgeliefert sind, schön, dass es ganze drei sind, haben je eine Flugzeit von circa sieben Minuten. Egal, ob jetzt eine Übertragung da ist oder nicht oder nur die Flugzeit ist, es liegt so um die sieben Minuten, kommt hin. Aber dann ist der Akku auch wirklich bis aufs Letzte leer gelutscht. Und dann sagt die Funkfernsteuerung auch schon, die fängt schon an zu piepen, bitte landen. Und wenn ihr euch damit zu viel Zeit löst, dann ist der Drohne das egal, die landet dann einfach da, wo sie gerade fliegt. Ich hoffe nicht über Wasser, ja. Mit dabei zum Aufladen der Akkus sind hier zwei Ladekabel. Was mich ein bisschen gewundert hat, der Ladevorgang, der hat ja ewig gedauert. Fast eine Stunde brauchte es, um so einen Akku zu laden. Das finde ich schon echt heftig, obwohl die ja gar nicht so viel Milliampere haben, aber es hat eben so lange gedauert. Ich sagte am Anfang hier, die schöne Drohne hat so einen kleinen Käfig. Und dieser Käfig, der ist, wenn ihr mal so acht Jahre zurückguckt, da habe ich auch schon Drohnen fest euch vorgestellt. Die haben so einen Käfig jetzt gar nicht mit eingebaut. Wenn die da irgendwie mit den Rotoren an die Wand geht, dann fliegen die gleich weg. Übrigens, ihr habt ja auch noch mal zwei links und rechts drehende Luftschrauben dabei, falls doch mal was passiert. Was ich gut finde, klar, der ist hartes Kunststoff, aber diese Seiten hier, dieser Käfig, der ist viel, viel weicher gemacht. Und mir ist das Ding schon einmal hier voll gegen die Wand geflogen mit richtig Karacho. Dann ist die Drohne zwar runtergefallen, aber die Rotoren sind heilig geblieben und ja, das weiche Kunststoff gibt nach und das Ganze bricht nicht gleich wieder. Und das muss ich sagen, haben sie gut gemacht. Fühlt sich dann auch, ja, schön gut an. Hier unten könnt ihr den Akku reinklicken. Ist gleich eine Halterung. Fliegt auch nicht raus, ist hier ein bisschen arretiert. Müsst ihr dann drücken. Hier vorne eine kleine Kamera, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Die könnt ihr nicht über die Funkfernsteuerung irgendwie bedienen, wie ihr das vielleicht von DJI bei den großen Drohnen kennt. Und da müsst ihr vorher den Winkel, entweder im rechten Winkel hier geradeaus weg. Ihr habt hier vorne die Möglichkeit, hier, ich zeige das mal eben, die Kamera vom Kopf da ein bisschen nach unten zu drücken. Also dann nimmt ihr die Aufnahmen unten drauf. Aber bitte bei den Aufnahmen nicht die Bildqualität irgendwie in irgendeiner Form bewerten. Es ist kein 4K, es ist kein Full HD, es ist noch nicht mal HD. Es ist irgendwas da drunter. Auch ein fast viereckiges oder 3 zu 2 Bildformat. Und ja, wie gesagt, ernst zu nehmen, für Filme zu drehen, Videoaufnahmen ist es nicht. Es ist Spaß, es ist Fun, ganz einfach. So solltet ihr das Ganze auch sehen. Die Bildübertragung oder die Aufnahme läuft nur über die App, wenn ihr das Smartphone angeschlossen habt. Ihr kann natürlich auch ohne Videoaufnahmen das so benutzen und fliegen. Dazu braucht ihr das Smartphone nicht. Es ist nur dann, wenn ihr sagt, ihr möchtet die Funktion, weitere Funktion, halt über das Smartphone haben, wie zum Beispiel die Bildübertragung. Und hier ist kein Kartenslot drin. Das heißt, die Übertragung oder wird direkt im Smartphone aufgenommen. Also, ja, ist ein bisschen ruckelig manchmal. Das merkt man schon. Aber wie gesagt, ich habe euch gesagt, diese Aufnahmen könnt ihr nicht wirklich als Aufnahmen benutzen. Aber man hat eine kleine Kontrolle. Es gibt viele Spielereien über die App. Auf die komme ich jetzt heute nicht zu sprechen. Aber ich zeige euch die App eben, damit ihr seht, was ich meine mit diesem Ruckeligen. Ich lasse das Bild jetzt einfach mal ein bisschen durchlaufen. Dann könnt ihr erkennen, habt ihr schon mal gleich ein Bild von der Bildqualität, sage ich mal. Ihr hattet sogar die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen. FPV, das heißt Brille aufsetzen. Aber da diese Übertragung von Bild, von dem Video verzögert kommt, würde ich euch nicht raten, eine Brille aufzusetzen. Es sei denn, ihr habt mega viel Platz, das Ganze zu üben. Weil diese Verzögerung ist dann doch schon ersichtlich. Und wenn ihr einen Meter von der Wand weg seid und ihr denkt, oh, ich habe ja noch einen Meter, ja, dann ist die Reaktion viel zu spät. Dann klatscht ihr nämlich schon mit der Drohne gegen die Wand. So sehr verzögert das Ganze natürlich. Aber wenn eure Frau oder euer Mann oder wie auch immer neben euch sitzt und eine Brille auf hat, ist es vielleicht auch ein nettes Gimmick. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Hier haben wir auch einige Funktionen, aber in der Bedienungsanleitung wird alles Mögliche erklärt, wie das Ganze funktioniert. Mit dem Start, mit dem Binden, aber das ist ein Klick, das funktioniert hervorragend, geht unheimlich schnell. Wir haben hier die Möglichkeit, auch über die Funkfernsteuerung, wenn das Ganze hier mit dieser Halterung, ich klicke das hier einmal rein, kriege ich das so schnell hin, klack, ja. Und da könnt ihr euch das Handy reinklicken, könnt ihr auch hier über die Fernsteuerung die Rekordtaste für die Videoaufnahme drücken oder auch hier für das Foto. Das geht natürlich auch. Wie gesagt, wird gleich aufs Smartphone übertragen, von daher könnt ihr euch das runterholen. Hier könnt ihr starten und landen über den Knopf. Und hier ist noch ein schöner Knopf, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Gerade als Anfänger ist man ja immer verunsichert, wie rum steht diese Drohne. Und normalerweise, wenn hier vorne die Kamera ist und ihr die Hebel der Fernsteuerung bedient, denn je nachdem, wie ihr das dreht, dreht sich das Ganze. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, worum die Drohne steht und nach vorne fliegt, dann fliegt sie vielleicht sogar von euch weg oder seitlich. Mit diesem Punkt, ich muss mal eben gucken, mein Englisch, jetzt kommt sie wieder, hat sogar einen eigenen Namen hier, Heating Hold Mode. Das heißt, er hält diese ganze Funktion, ist egal, wie die Drohne steht und dann fliegt sie von euch weg oder sie kommt wieder zu euch ran, ist egal, wie rum die Drohne steht. Das haben früher meine Drohnen, die ich getestet habe, auf jeden Fall nicht gehabt. Hier müsst ihr mal sehen, gibt es noch ein paar andere Funktionen dabei, aber ich nenne es einfach mal ein nettes Spielzeugen-Gimmick, da lege ich jetzt nicht so großen Wert drauf, das zu nutzen oder euch jetzt auch an dieser Stelle, weil sonst wird das Video viel zu lang zu erklären. Jetzt wollte ich euch aber am Ende noch mal kurz erklären, wie das mit dem Fliegen auf sich geht. Die meisten haben wahrscheinlich schon, die wissen ganz genau, Mode 2, das werdet ihr schnell feststellen, wie das Ganze funktioniert. In manchen Fachbüchern heißt es zum Beispiel Rollen, Nicken, Gieren. Was heißt das jetzt alles? Das eben kurz erklärt. Das heißt nicht rauf und runter, das heißt nicht links und rechts und drehen und so weiter, sondern rauf und runter heißt heben und senken. Wenn ihr mit der Drohne nach vorne und nach hinten fliegt, dann heißt das, man sieht es an meinem Kopf schon, dann heißt das Ganze nicken. Wenn ihr die Drohne in der Luft stehen habt und ihr dreht sie von rechts nach links, dann heißt das Ganze, man giert. Wenn ihr da hinten sagt, wo ich giere, nach dem Stück Fleisch da im Buffet oder nach den Nudeln, also das heißt Gieren. Und wenn ihr die Drohne so nach rechts und nach links dreht, dann übertreibt die Bewegung nach rechts mal, dann seht ihr, dann würde die Drohne sich dahin rollen. Und deswegen heißt diese Bewegung nach rechts und links auch rollen. Komme ich jetzt versprochen noch mal zu dem, wie könnt ihr das am besten lernen, so einmählich mitzubekommen, wenn die Drohne auf euch zufliegt, wie ihr das Ganze trainieren könnt. Ich habe angefangen, damals mit so Hubschraubern, das ist jetzt auch nur ein Spielzeughubschrauber, sage ich mal, mit den großen Hubschraubern und da hat man doch einen heiden Respekt vorgehabt, wie man die lenken musste. Ihr startet die Drohne und am besten nicht nur 20 Zentimeter vom Boden weg, denn diese Luftverwirbelungen sorgen dafür, dass das wieder nach oben gedrückt wird und dann wird die Drohne komplett unruhig. Das ist keine gute Idee. Am besten 80 Zentimeter, ein Meter, wenn nicht sogar 1,20 Meter oder in Augenhöhe wäre am allerbesten, dann verschwinden diese ganzen Verwirbelungen. Und gerade wenn der Raum so eng ist und so weiter, ja, Luft bewegt sich auch. Macht am besten Fenster und Türen zu, so ein Luftzug kann auch dazu führen, dass die Drohne mal wegkommt. Ihr startet die Drohne, habt ihr jetzt erstmal eine Luft. Fliegt mal nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, also ihr nickt und ihr rollt das Ganze oder auch ihr giert und versucht mal so ein bisschen Kreis und irgendwann merkt ihr, verliert ihr die Kontrolle bei der ganzen Geschichte und zwar dann, wenn die Kamera zum Beispiel auf euch zeigt und dann kommt ihr schnell mit links und rechts durcheinander, weil ihr diese Bewegung eben nicht trainiert habt. Wie trainiert man jetzt diese Bewegung? Ihr habt die Drohne oben in der Luft und fangt erstmal an, nach rechts und nach links. Dann fangt ihr an, also zu rollen. Dann giert ihr so ein bisschen die Drohne nach rechts und nach links und versucht, ja, so in Schlangenlinien so ein bisschen hin und her zu fliegen. Immer so weit rum und übertreibt die Bewegung. Irgendwann fliegt sie direkt vor euch, im rechten Winkel von euch, nach rechts und links. Wenn ihr diese Bewegung jetzt noch mehr übertreibt, die Drehbewegung beziehungsweise die Gierbewegung, dann merkt ihr, dass die Kamera nicht mehr im rechten Winkel, sondern langsam auf euch zufliegt. Und wenn ihr dann bei dem Gieren die Bewegung langsamer macht, dann werdet ihr feststellen, dass vor euch, ja, so eine Acht entsteht. Und diese Acht heißt es nachher, so stark zu übertreiben, dass sie nicht mehr in dieser Form läuft, sondern dass die Acht nachher auf euch zufliegt, immer weiter, immer weiter. Und dann habt ihr diesen Moment erreicht, wo die Drohne mit dem Kopf beziehungsweise mit der Kamera zu euch gerichtet ist, durch die Acht. Und durch dieses ewige Hin- und Herlenken, ja, vergesst ihr irgendwann, dass die Drohne sozusagen falschrum auf euch gerichtet ist. So könnt ihr am besten das Fliegen lernen und irgendwann, ja, die Angst verlieren zu sagen, die Drohne steht jetzt falschrum zu mir, weil ihr gelernt habt, mit diesen Bewegungen zu reagieren oder auch zu wissen, wie die Drohne steht. Und das vielleicht auch, auch wenn die Technik uns bei den Teuren oder bei den Profidrohnen hilft, uns zu sagen, wie rum die Drohne steht. Ich fliege nach wie vor immer noch gerne nach Sicht. Denn ich sage mal, 10, 20 Meter, dann weiß ich ganz genau noch, wie rum die Drohne steht und kann dann natürlich eingreifen, wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht so gut oder wie auch immer. Ja, also, eine schöne Drohne macht richtig Spaß, damit das Fliegen zu lernen. Und wenn ihr merkt, das ist überhaupt nichts für euch und das möchtet ihr nicht und ihr wolltet schon schöne Drohnenaufnahmen aus der Luft haben. Ihr kennt bestimmt einen Freund, der eine Drohne hat und fragt ihn, ob er das für euch machen kann. Denn sonst kauft ihr euch so eine teure Drohne und wie gesagt, dann liegt sie im Regal, staubt ein. Das wäre natürlich nicht so schön. So, dann würde ich sagen, vielen Dank an Lulin für den U61, den ich jetzt weiter verlosen werde. Schreibt unten rein, wer das Ganze haben möchte. Ich hoffe, der Beitrag war mal wieder was ganz, ganz anderes, was Nettes für euch. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Beiträge. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.